Du hast wenigstens gelernt, du gehst, bist immer weg und immer daheim. Und dann beginnt das Spiel. Dann bist du nichts mehr von bei dir. Dann bist du eine Weh. Dann bist du einer von uns. Und dann bist du dein Outfit im Original DFB-Fest. Dann bist du dein Outfit im Original DFB-Fest. Und dann bist du ein Outfit im Original DFB-Fest. Aha! Das Stadion kürzt sich so langsam. Es wird ein toller Fußballabend. Herzlich Willkommen an alle, die neu dazu bekommen sind Deutschland gegen Frankreich. Also, das steilste Fußballband mit der Zunge und zum insgesamt, wir haben nachgezählt zum insgesamt Neuens-Fußball-Richtlinien in dieser beiden Mannschaften, die auf eine so große Tradition auf so viel Freude zählen können und zum 29. Mai geht es in Gotthard-Richtlinien. Genau, ich habe uns jetzt mal die Bilanzer, da müssen wir jetzt schnell gespielt, nämlich für unseren Gast heute für den Weltall-Christophie, Sieg, Neu-Niederland, 16 Schiff, 13 den Sieg, glaube ich, für den Blöden, wenn wir aber mal den genauen Blick auf die Spiele bei Weltmeisterschaften werfen, da hat Deutschland getragen, die Nase vor drei von vierten LN und die Mannschaften, die die Equip-Trikollor gewinnen.